Hallo Leute, hier ein Gitsch auf Know the Dead. Direkt hier am Anfang. Ihr müsst hier auf diesen brennenden Kasten darauf. Und dann sollte, eigentlich war es das auch schon. Wenn ihr darauf geht, solltet ihr ein bisschen nach oben kommen. Wie hier. Ich gehe jetzt nochmal drauf. Und dann, hopp. Also, ich bin ein bisschen nach oben gegangen mit dem Kasten. Ich mache euch ein bisschen Vorspuren erstmal. Ihr müsst auf die Zoll ein bisschen aufpassen, die von hinten kommen. Also von da aus. Wo ich die abballern. Ihr könnt eure Schläge verpassen. Weil, ähm... Keine Ahnung warum, aber eigentlich... Eigentlich sollten die auch dahin laufen, wo dieser Zombie da ist. Und das war's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao! Ciao! Ciao!